Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Skin-Vorstellung bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich, das Wolfskäppchen ist da. Jo, sieht richtig cool aus, die Lady, und dann lassen wir es doch einfach mal laufen. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop, den Creator-Code, sofort und gleich, TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir noch einmal, oh, passt jetzt nicht so wirklich gut dazu. Okay, lassen wir es einfach mal laufen. Okay, lassen wir es einfach mal laufen. So Spre Brisbane Brains, Brains, Brains Brains, Brains, Brains Brains, Brains, Brains Brains, Brains, Brains Brains Das sieht auf jeden Fall gut aus, das ist auch von hinten gut anzusehen. Ganz cooler Teil. Ja, wenn der letzte Schuss von jemand anderem gemacht wird. Abstaube. Und von hinten. Erst schießt er in einer anderen Box, dass ich das mal einfache. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite-Skin-Gameplays. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss mit uns zu unserem Creator Code und sofort und gleich die TV. Ja. 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 Ja.